Bevor wir einmal wirklich in dieses China-Geschäft auch von VW mal eintauchen, Herr Dies, Sie haben Xi Jinping getroffen. Ja, schon eine Zeit her. Was ist das für ein Mann? Wie muss man sich den vorstellen? Weil das haben wir auch im Fall von Putin ja zumindest gelernt, es hängt an einzelnen Köpfen am Ende. Als Teil einer Wirtschaftsdelegation, nicht in einem Eins-zu-Eins-Gespräch, sondern eben erlebt, in einem Raum, wenn er referiert. Ich fand ihn sehr beeindruckend, weil er einfach eine sehr überzeugende Persönlichkeit ist, auch einen Raum ausfüllt. Ich finde ihn jetzt in der Politik, die er ausrollt und die auch immer klarer wird, die sehr stark leninistisch wird, die marxistisch, die zurück zur Parteiführung, die den privaten Sektor zurücktrennt, der China abkapselt, finde ich ihn sehr unglücklich jetzt in der Situation. Also Sie sagen, macht Fehler, ja? Ich würde sagen, das System, die Partei wird, wenn wir jetzt den Parteitag mal reflektieren, führt China in eine weniger Wachstumsphase, in eine eher zurück, in einen Marxismus, der letztlich nicht funktionieren wird für China, für eine weitere wirtschaftliche Bedeutung, auch für die Innovationskraft vom Land. Und von daher glaube ich schon, dass wir China jetzt auch an vielen Stellen überschätzen in der Bedeutung. Die Bedrohung, die von China ausgeht, natürlich gibt es Abhängigkeiten und die sind entstanden, aber ich sage auch, diese Abhängigkeiten kann man beheben. Natürlich kommen 90 Prozent der seltenen Erden heute aus China, können die in fünf Jahren zu 50 Prozent woanders herkommen? Ja. Aber man muss eben die Minen zum Beispiel aus Kanada, es gibt in den USA ein paar Minen, kleinere, die Rohstoffe gibt es in vielen Ländern, aber die wurden eben nicht erschlossen, weil China so preisgünstiger Markt war. Das ist der Punkt. Und wenn man das, das kann man bereinigen, dann werden diese Rohstoffe, die ja in der Gesamtwertschöpfung von so einem Auto oder von einem technischen Produkt eben nicht so bedeutend sind, vielleicht mal ein Prozent oder zwei Prozent der Kosten sind, dann dürfen sich die auch mal verdoppeln. Und das kann man machen und dann ist diese Abhängigkeit auch schon wieder weg. Und das gilt für Halbleiter und viele andere Dinge. Also ich glaube schon, dass wir uns da, auch übrigens, ich teile Ihre Einschätzung, dass wir diese Solarindustrie, die Siliziumindustrie für Solarkollektoren eigentlich halten hätten sollen. Weil das ist einfach ein irrsinniger Wachstum. Genauso wie Batterien für Autos zum Beispiel. Das ist einfach eine so große Wertschöpfung. Da hätten Sie mal was unternehmen können. Ja, klar. Er hat ja jetzt was unternommen, muss man sagen. Ich schaue eigentlich ganz zufrieden in den Rückspiegel, weil ich habe viel unternommen und ich will auch noch viel unternehmen. Aber es könnte schon ein Anliegen sein, jetzt zum Beispiel die Solarkollektorenprojektion zurückzuholen. Weil die muss man ja sowieso verdoppeln oder verdreifachen, die Kapazitäten. Weil wir brauchen, wir müssen ja alles auf Wind und Sonne umstellen. Und es wäre ein guter Anlass, die zurückzuholen nach Europa. Und das ginge auch. Die Technologie ist hier. Wir haben die Halbleiter-Technologie, die ICOTS, also die Silizium-Einkristalle, die glaube ich, kommen sogar zum Großteil aus Deutschland, werden dann nach China geliefert. Das kann man hier aufbauen. Halbleiter-ähnlich, ne? Halbleiter auch. Bei Halbleiter ist eine interessante Geschichte. Es spielen deutsche Unternehmen eine ganz entscheidende Rolle. Die spielen eine ganz entscheidende Rolle. Können Sie das sagen, ein Halbleiter für die Autoindustrie? Ja, das können wir alles machen. Und ich würde das auch sehr stark unterstützen aus industrieller Sicht. Das schafft Arbeitsplätze. Und es ist auch nicht zu spät. Wir können für die Autobatterien, diese Neu-Industrialisierung der Welt, die beginnt ja gerade erst. Wir brauchen eine Verdreifung, Vierfachung der Kapazitäten. Auch bei Windrädern noch. Es beginnt ja erst der Energiewandel. Und von daher ist es nicht zu spät. Und da ist eine gute Zusammenarbeit zwischen. Und man braucht dafür, glaube ich, schon eine volkswirtschaftliche Sicht darauf, eine politische Unterstützung, einen Plan nicht für Deutschland, sondern für Europa. Und da kann man so eine Industrie zurückholen. Es gibt übrigens noch Werke in Deutschland, in Italien. Die Enel ist ein Energieproduzent in Italien, der hat und baut gerade diese Kapazitäten aus. Für? Für Photovoltaik. Es macht aus heutiger Sicht ja keinen Sinn, die nochmal jetzt in China aufzubauen. Aber wir brauchen eh deutlich mehr. Da teile ich völlig Ihre Meinung. Halbleiter. Aber ich glaube, dass wir die Abhängigkeiten ... Und wir werden nicht unabhängig sein können als Deutschland. Wir werden auch in einer Welt der erneuerbaren Energien abhängig sein. Wir können nicht alle erneuerbaren Energien in Deutschland produzieren. Dazu ist die Fläche zu klein. Wir sind zu dicht besiedelt. Wir haben zu viel Industrie. Wir müssen Energie beziehen. Wir bekommen Neuabhängigkeiten dann. Wieder vielleicht aus dem Nahen Osten, vielleicht aus Indien. In Indien kostet die Kilowattstunde jetzt einen Cent. Und wenn man die dann umwandelt in Wasserstoff und dann Zuständige, dann könnte Indien Energiehersteller werden. Aber Deutschland wird nie ohne Abhängigkeiten leben können. Einmal diese Halbleiter und Schick-Industrie. Und Abhängigkeiten, die gleich noch ergänzen, sind nicht per se schlecht. Weil Abhängigkeiten führen auch dazu, dass man miteinander reden muss. Man hat Abhängigkeiten, um dann auch Deals zu machen. Mit Abhängigkeiten tut man sich auch schwerer, Menschen auch zu ignorieren in ihrer Bedeutung. Ich würde nur widersprechen. Insofern ist natürlich alles richtig, dass es richtig ist zu sprechen. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich teilweise in Situationen geraten, in denen uns die Abhängigkeiten politisch weniger handlungsfähig gemacht haben. Und das ist eine Situation, in die zu geraten ist schon problematisch. Gleichwohl ist es natürlich richtig, dass wir ohne China, ohne Abhängigkeiten auf gar keinen Fall in irgendeiner Form unser Wirtschaftsmodell aufrechterhalten können. Gerade Deutschland. Wir sind als Exportnation einfach noch mehr abhängig. Wir brauchen günstige Energie. Wir brauchen offene Weltmärkte. Eine Frage in dem Zusammenhang. Sie haben das gerade eben so ein bisschen nebenbei erwähnt, sagten, na gut, dann wird das halt ein bisschen teurer mit den seltenen Erden und so weiter. Ja. Also A, stelle ich mir immer vor, in einer gut funktionierenden Demokratie. Herr Blätter hat gerade darauf hingewiesen, der Abbau und dann vor allen Dingen die Gewinnung der seltenen Erden ist eine ökologische, ziemliche Sauerei, um es mal deutlich zu sagen. Es kommt davon, wie man es macht. Also offensichtlich ist der Standard im Moment eine ziemliche Sauerei. Aber man kann es natürlich sauberer machen, aber es wird nicht sauber. Das heißt, da wird es Proteste geben. Das muss man dann im Zweifel durchsetzen. In Skandinavien gab es Versuche gar nicht lange her, sind alle an Bürgerprotesten gescheitert. Weiß ich nicht. Wir waren gerade in Kanada unterwegs noch mit einer Delegation der deutschen Wirtschaft. Und da gibt es natürlich auch die Abbaufelder. Man einigt sich dann mit den Indianerstämmen, die es dort gibt, die auch Mitspracherechte hat, man macht Abbaupläne, man macht Kompensationsprojekte. Die Erde aufzugraben und wieder zuzuschütten, ist immer natürlich etwas, was man nicht gerne macht an allen Stellen. Das muss man sehr vorsichtig tun. Man muss das kompensieren. Man muss es aber, die Welt, in der wir leben, hat nur eine Zukunft, der Klimawandel, wenn wir eben diese neuen Rohstoffe gewinnen. Nachhaltig, so gut wie möglich, mit einer Verteilung der Wertschöpfung, die dort entsteht, mit einer Beteiligung der Grundstückseigentümer, der Gesellschaften, aber in so einem Flächenland wie Kanada kann man das schon machen. Frau Göppel, Kanada, da wird ja der berühmte, das Öl aus dem Sand gewonnen, ist auch eine riesige Sauerei, haben wir mir mal angesehen, wie das abläuft zum Beispiel. Was denken Sie, wenn Sie das hören? Ich fühle mich jetzt so ein bisschen in der Rolle zu sagen, das ist alles schön und gut, aber wenn wir nicht eine ganz andere Perspektive von einer Industrie der Zukunft haben, die auch noch ein paar andere planetare Grenzen mit berücksichtigt, dann werden wir uns in der Aufrechterhaltung einer aktuellen Form der industriellen Produktion und auch vor allem Skalierung in der Größenordnung leider nicht dahin entgehend entwickeln, dass wir nicht weitere Ressourcenkonflikte haben werden. Oder dazu, ich möchte einfach nur erinnern, jetzt sind wir gerade die Klimakonferenz in Sharm el-Sheikh, aber im Dezember treffen sich dann in Kanada diejenigen, die darüber beratschlagen, wie wir doch eigentlich 30 Prozent mindestens der Erdoberfläche nicht umflügen sollten. Ja, natürlich. Wenn wir so etwas wie Biodiversitätsziele erreichen wollten. Und ich frage mich immer wieder, wieso vergessen wir denn jetzt eigentlich, was Menschen auch primär brauchen? Das ist so etwas wie saubere Nahrung, sauberes Wasser, saubere Luft zum Atmen und eben wenig Kontamination. Und dann kann man sich ja auch mal fragen, welches Ausmaß an industrieller Versorgung und auch an Fuhrpark braucht es denn tatsächlich, um zu sagen, Menschen können sicher versorgt leben, aber vor allem auch langfristig sicher versorgt bleiben. Und ich glaube deshalb dieses sich endlich mal annähern und ehrlich machen, wie viel haben wir denn? Und die Ressourcenbudgetfrage kommt ja näher. Wir sind beim Gas zum allerersten Mal dahin genötigt worden zu sagen, wir können es mit einem Preisindikator gar nicht in den Griff kriegen, weil der Speicher ist der Speicher ist und dann fing es an zu überlegen, was ist eine Verteilungsgerechtigkeitsfrage und wenn wir irgendwie auch nur ansatzweise ernst nehmen wollen, dass wir in den nächsten zehn Jahren bei ungefähr, also nicht in der Biodiversität, sondern auch beim Klima, wirklich den absoluten Bremsweg einlegen müssen, dann kommen wir um diese Frage nicht herum. Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich denn tatsächlich diese Ressourcen leichteste Variante von Mobilität anbieten. Ja, aber wir haben heute wirklich, wir haben das in der Hand. Wir können diese Welt, wir können diese Welt, wir können diese Welt, wir können diese Welt machen und jetzt haben wir bitte nicht Angst vor der, vor der einen Grube da mehr für seltenen Erden, die, das, wir müssen Dinge aus der Erde holen, um diese technische Welt zu gestalten. Wir werden aber auch sehr viel geschlossene Kreisläufe haben. Batterien zum Beispiel wird dazu führen, dass wir erstmal sehr viel Lithium abbauen müssen, sehr viel Nickel erstellen müssen und aus der Erde graben. Wo gibt es Nickel, wo gibt es Lithium? Aber wir werden die dann, gibt es auch weltweit sehr gut verteilt. Aber im Moment? Sehr viel in Russland, Nickel, Lithium, sehr viel in Lateinamerika, in Afrika, über die Welt verteilt. Auch Nickel gibt es in Kanada in großen Minen. Aber wir werden dann in die Kreislaufwirtschaft gehen. Die Batterien werden in einen endlosen Erneuerungskreislauf für Lithium und Nickel gehen. Die Welt kann wirklich und wir können diesen ganzen Kreislauf organisieren mit erneuerbarer Energie. Wir haben genug Wind und Sonne und, was ja viel bei uns unterschätzt wird, wir diskutieren Atomstrom, Atomstrom ist nicht wettbewerbsfähig mehr. Sonne kostet heute in Deutschland drei, vier Cent in der Herstellung. Was sind denn? In Indien ist es billiger als Kohle. Die schalten jetzt alle diese Kohleprojekte, die werden ersetzt, nicht weil die Regierung das will, sondern weil sie nicht wettbewerbsfähig sind. Weil keiner mehr bereit ist, da zu investieren. Wir hatten noch nie so eine gute Perspektive. Und ich sage nochmal, man sieht ja auch, dass man vor Ort viel machen kann. In Deutschland haben wir nichts geschafft. Tübingen hat 30 Prozent geschafft. Fragen wir uns doch mal, wieso. Aber wenn Boris Palmer jetzt zum Beispiel, der die ganze Zeit jetzt hier ruhig sitzt und zuhört. Wenn der jetzt die ökologische Wende in Tübingen, brechen wir es mal wirklich runter. Auf die kommunale Basis. Da sehen wir die berühmten Ohren. Wir haben letztes Mal darüber gesprochen. Die Lüchtenauer Ohren. Wie nennen sie die? Lüchtenauer, weil sie beim Stadtteil Lüchtenauern. In Lüchtenauern. Wir bräuchten eigentlich ein Bundesohrengesetz, sagen Sie. Dass man einfach unbürokratisch sagt, pass auf, all diese Autobahnohren, die bestücken wir grundsätzlich mit Solarpanels. Geht aber nicht. Wie lange dauert das, so ein Genehmigungsverfahren? Also die Anlage, die Sie da sehen, hat acht Jahre gedauert, vom Projektbeginn bis zur Genehmigung. Und der Aufbau acht Wochen. Das sind so die Dimensionen, die wir in Deutschland halt beachten müssen. Und von daher ist die Frage in der Tat, wenn man vor Ort was hinkriegen will, wie kriege ich die Bedenkenträger beiseite? Wie kann ich es einfach machen? Und wenn man da bereit ist, Risiken einzugehen und auch mal die Kostenfrage wegzulassen, weil langfristig, war ich mir immer sicher, rechnet sich die Investition in neuerbare Energie immer. Wir haben sogar mal ein Wasserkraftwerk gebaut, wo bei der Wirtschaftlichkeitsberechnung rauskam. Ja, der Break-Even ist so ab 2050. Da habe ich gesagt, machen wir sofort. Weil ich bin mir sicher, Herr Diess, ich weiß nicht, ob der VW 2050 noch produziert, aber die Stadt Tübingen wird es 2050 noch geben. Und Sie sind noch Bürgermeister. Ja, vielleicht noch. Da kann man auch sagen, langfristig Investitionen rechnet sich. Aber entscheidend ist, über diese bürokratischen Hürden wegzukommen. So ein Ohrengesetz würde ich für richtig halten. Also es sieht ja jetzt jeder, Sie sehen auch das Bild. Für die Umwelt ist da, glaube ich, nicht viel zu verlieren in so einer Autobahnauffahrt. Es kann auch den Städtebau nicht stören, die Landschaft. Es ist einfach nichts zu verlieren an der Stelle. Trotzdem muss man in Deutschland, weil wir dermaßen perfektionistisch sind, tausend Gutachten machen, ob es den Autofahrer blendet, ob es den Abstand hält, wenn da einer reinfährt und was man sich alles für Probleme ausdenken kann. Und dann dauert es so lange zur Genehmigung. Wenn stattdessen der Bundestag mal sagen würde, diese Flächen sind jetzt gewidmet. Und das ist gar nicht so abwegig, weil bei LNG-Terminals geht das. Wenn man plötzlich feststellt, wir sind in einer Krise, sagt der Bundesgesetzgeber, hier ist das LNG-Terminal und alle Prüfungen vergessen wir einfach. Und ich finde, die Klimakrise ist mindestens so bedrohlich wie die Gaskrise. Und deswegen würde ich mir auch entsprechend radikale Maßnahmen vom Gesetzgeber wünschen, zu sagen, solche Flächen werden jetzt einfach bereitgestellt. Ich fand eine Sache interessant, weil wir so viel immer über Umsetzbarkeit sprechen. Im Moment haben ja ganz viele Menschen, die Häuser haben oder bauen, das Problem, wie dämmt man das? Wo kommt die alternative Energie her? Wo kommt die Luftwärmepumpe, die Erdwärme? Wo kommt das alles her? Wo gibt es die Handwerker, die dir das Dach isolieren, die dir schlicht und ergreifend dabei helfen können, das ganze Zeug einzubauen? Das ist etwas, daran werden wir komplett scheitern. Ja, wenn man in der Box denkt. Doch, auf kurze Sicht definitiv ja. In der Box, ja. Man muss out of the Box denken. Also ich habe mir die Frage auch gestellt vor drei, vier Jahren, als wir unser Klimaschutzkonzept fortgeschrieben haben. Wir haben uns als Ziel vorgenommen, 2030 klimaneutral zu werden. Und da wir unsere bisherigen Ziele erreicht haben, ist das schon ernst gemeint. Das ist jetzt nicht nur für die Schaufensterseite. Und dabei ist ganz klar geworden, die Wärmewende können wir mit den bisherigen Methoden niemals schaffen, schon weil wir die Handwerker nicht haben. Wenn man das so macht, wie wir es die letzten Jahrzehnte gemacht haben, wir versuchen jedes einzelne Haus komplett zu dämmen. Die Fenster, das Dach, den Keller, die Fassade und so weiter. Es gibt dafür nicht die Leute. Ausgeschlossen. Es gibt die Leute, die uns kostet unsummend von Geld. Das Geld wäre mir fast egal. Wenn ich weiß, dass es niemanden gibt, der den Auftrag übernehmen kann, kann ich so viel Geld bereitstellen, wie ich will. Es ist unmöglich, es ist einfach unmöglich. Also objektive Grenze. Und jetzt kann man entweder den Kopf in die Seite sticken und sagen, ja gut, da gibt es halt keine Wärmewende. Oder man denkt sich was Neues aus. Und wir haben gesagt, okay, wir werden noch genügend Handwerker finden, um eine Warmwasserleitung ins Haus zu legen, die Heizung rauszuwerfen, das Haus zu lassen, wie es ist. Und diese Warmwasserleitung erneuerbar zu beheizen. Das werden wir noch hinkriegen bis 2030. Und jetzt sind wir dabei, die ganze Stadt umzugraben und neue Erzeugungsanlagen aufzubauen, die dann nicht mehr mit Gas betrieben werden, wie bisher, sondern zum Beispiel mit der Abwärme der Kläranlage. Da hat vor ein paar Jahren in Deutschland kein Mensch dran gedacht. Aber die Hälfte der Wärmeabgabe, die wir in ganz Tübingen derzeit über Wärmennetze leisten, lässt sich aus dem Abfluss der Tübinger Kläranlage mit einer Wärmepumpe zurückholen. Jetzt bauen wir halt eine große Wärmepumpe an den Abfluss der Tübinger Kläranlage. Der Neckar dankt es, weil der ist sowieso überhitzt. Und dann haben wir die Hälfte der Wärme, die wir bisher aus Gas gewonnen haben, aus der Kläranlage gewonnen und speisen die zurück ins Wärmenetz. Und dann haben wir das geschafft, erneuerbare Energie. Wir müssen nur 5, 6 große erneuerbare Heizungen bauen. Wir legen Wasserleitungen, das schaffen wir noch. Die Handwerker finden wir. Und wenn damit die ganze Kernstadt versorgt wird... Erneuerbare Heizungen machen Sie wie? Wo kommt die her? Was ist das dann? In dem Fall brauchen wir erneuerbaren Strom. Das ist eine Wärmepumpe, die wird mit Strom betrieben. Und der Strom kommt woher? Der kommt aus Windrädern und Zularen. Also z.B. da, das ist 500 m weg von der Kläranlage. Wir können den Strom direkt rübernehmen. Und eine Kilowattstunde Strom wird dann zu 4 Kilowattstunden Wärme. Also ihr seht, wir tauschen 5 Erzeugungsanlagen aus, legen Rohre rein und dann sind wir nicht mehr in diesem Handwerkerengpass drin. Und da sind wir in der Umsetzung. Wenn Sie die Photovoltaikanlage und die Windräder aus China rechtzeitig kriegen. Richtig. So, und jetzt sitzt hier Herr Dies und sagt, also, ist nicht schlimm. Nein, ist überhaupt nicht schlimm. Diese Abhängigkeit ist überhaupt nicht schlimm. Und wenn die Chinesen den ganzen Hamburger Hafen kaufen, auch nicht schlimm. Nein, wir dürfen es nicht vermischen. Aber das ist jetzt mal ein industrielles Gut, Windmühlen, das wir können. Wir haben die erfunden hier in Deutschland. Der MAN war, glaube ich, der Erste. Wir haben die industrialisiert. Und dann haben wir aufgrund schusslicher Politik, sage ich mal, haben wir es versäumt, die Industrie hier in Gang zu halten und haben die verloren an China. Wie so oft. Ja, das ist uns schon ein paar Mal passiert. Und die sind heute in China und werden dort in extrem großen Mengen hergestellt. China ist der größte Hersteller. Was auch gut ist, weil auch China sehr stark natürlich Windenergie erzeugt. Und damit auch, China ist unser größter, ist der größte Emittent von CO2-Emissionen. China muss sich am schnellsten und am dramatischsten ändern. Das Wort Klimawandel hat viel auf dem Partei und hat sich einmal gut genommen. Wenn China der größte Hersteller von Windmühlen ist und von Solar, da ist das erst mal schon ein ganz gutes Zeichen. Weil das heißt, die haben dort einen riesen Inlandsmarkt und investieren das, was uns zugutekommt, letztlich für den Klimaschutz. Und wir können die Dinge jetzt auch relativ günstig kaufen. So, jetzt haben wir gesagt, wir wollen das nicht. Die Abhängigkeit können wir ändern. Wir können diese Windenergieindustrie, die Windturbinenindustrie sehr stark hier entweder subventionieren, schützen vor Importen oder auch die Solarkollektoren. Und dann ist die auch schnell wieder aufgebaut. Das ist keine nachhaltige, dramatische, technologische Abhängigkeit. Das kann man tun. Aber diese Abhängigkeit finden Sie aber nicht schwierig. Nein, weil man Abhängigkeiten... Das ist mit dem Hafen hier in Hamburg zum Beispiel. Wir haben ja so eine Diskussion jetzt, dass Abhängigkeiten grundsätzlich schlecht sind. Das klingt bei Ihnen auch so hin und wieder so durch. Wir werden in dieser arbeitsteiligen Welt, auf die Abhängigkeiten zu verzichten, macht diese Welt um so viel schlechter, weil alles so teuer wird. Und wir dann nicht mehr die Dinge dort produzieren, wo sie einfach am günstigsten sind, sondern dort, wo man eben sagt, wir wollen die Abhängigkeit nicht. Jetzt muss man aufpassen natürlich, dass man... Aber wir werden uns aus Deutschland nicht vollkommen unabhängig machen. Wir sind per se abhängig zum Beispiel von Technologie. Wir haben keine Datenunternehmen. Da sind wir abhängig von Amerika, von den Googles, von den Microsofts dieser Welt. Und wir haben Abhängigkeiten bei Rohstoffen. Wir haben halt keine Rohstoffe hier in Deutschland. Waren wir immer schon. Werden wir auch in Zukunft sein, von anderen Ländern. Wir sind extrem abhängig von der Energie. Der Platz ist einfach nicht groß genug um genug, außer wir steigen um auf Atomenergie. Aber Sie sehen doch gerade, was passiert mit dieser Abhängigkeit. Naja, aber wir müssen diese Abhängigkeiten managen. Aber auch reduzieren. Und auch einsetzen. Ja, per se reduzieren an der einen oder anderen Stelle, wo es weh tut, vielleicht schon. Aber wir müssen eben auch in dieser Welt der Abhängigkeiten leben und mit den jeweiligen Herstellern auch Wirtschaftsbeziehungen dazu pflegen und unsere Deals machen, unsere Interessen wahren. Das machen die Amerikaner. Das machen wir. Sie haben ja gesehen, wie uns das geführt hat. 24. Februar. Das weiß ich nicht. Ja, das war schon natürlich jetzt eine Sache, die man auch ... Wir gucken jetzt zurück und sagen, was haben die alles falsch gemacht. Ich war da dabei und habe gesagt, wir müssen eigentlich versuchen, Russland an Europa zu binden. Und Russland wird irgendwann mal entweder an Europa oder an China gehen. Aber diese Geschichte, kein Vorwurf, aber das hat nicht funktioniert. Hat nicht funktioniert. Jetzt muss man an der Stelle umdenken, neu denken. Aber jetzt aus der abzuleiten, wir kommen ohne Abhängigkeiten durch, ist einfach völlig illusorisch. Aber ich glaube, das begrüßt das aber daran. Diese Abhängigkeit von China, das macht Ihnen keine Angst? Natürlich müssen wir China ernst nehmen. Aber wir haben nicht nur eine negative Abhängigkeit, sondern China leistet auch einen ganz großen Beitrag zu unserem Wohlstand. Und das wird in der jetzigen Diskussion aus meiner Sicht deutlich unterschätzt. Wir haben großen Wohlstand hier in Deutschland, auch im Rest der Welt, durch das enorme Wachstum, das China geleistet hat. Ich glaube, man muss das einmal einordnen. Sie haben in der Historie recht. Und trotzdem ist die Situation jetzt eine neue. Also 2001, als China in die Welthandelsorganisation eintrat, in den Welthandel integriert wurde, wenn wir an die Zeit zurückdenken, damals Deutschland fast 5 Mio. Arbeitslose, die Sozialkassen, also irre unter Druck, die Staatsausgaben irre unter Druck. Und damals hat durch diese Einbindung Chinas in den Welthandel Deutschland massiv profitiert. Also wir haben das Land ausgerüstet, ihr Unternehmen vorneweg, das Gleiche gilt für Siemens, Maschinenbauer, Chemieunternehmen. Und wir haben gleichzeitig, also viele unserer Zuschauer, die gucken jetzt wahrscheinlich über sehr günstige Geräte zu, auch weil wir billig einkaufen können. Also wir haben durch Im- und Exporte profitiert. Wir sind aus der Finanzkrise rausgezogen worden durch China. Völlig richtig, durch die Investitionen. Also wir haben uns aus der Krise exportiert, kann man sagen. Wir haben uns aus der Krise exportiert und importiert. Nein, 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 auch China hat durch die Stimulanzprogramme die Welt eigentlich nach der Finanzkrise gerendet. Aber, aber, ich glaube, unsere Inflation, wenn man so will, wäre auch deutlich höher ohne billige Produkte von dort. Aber es hat sich was verändert. Und was sich verändert hat, sind zwei Dinge. Bei Russland haben wir ähnlich argumentiert. Und Sie tun es jetzt gerade auch, jetzt wollen wir nicht zurückgucken, sagten Sie, aber man kann wirklich sagen, es war schon einer der ganz, ganz, ganz großen Fehler dieses Landes, falschen Fehleinschätzungen, politisch und ökonomisch, sich so auf Russland zu verlassen. Da waren auch Konzerne dabei, die das getrieben haben. Ja, aber es war breit getragen. Auch die Medien haben mich missgetragen. Nichtsdestotrotz, ja, nicht alle. Auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist... Es geht jetzt gar nicht um Schuldzuweisung. Nein, nein, nein. Es geht nur darum, mal zu verstehen, wie diese Arbeit entstanden ist und wie dieses deutsche Erfolgsmodell funktioniert. Weil Sie sagen, dieses Land wäre ohne diesen riesigen chinesischen Markt und ohne diese Verflechtung, es wäre ein anderes Land. Wären wir ärmer. Und wir können uns auch nicht von China komplett entkoppeln. Das ist völlig undenkbar jetzt. Herr Diess ist ja auch nicht der Chef eines deutschen Unternehmens gewesen. De facto war er Chef eines internationalen Unternehmens mit 100.000 chinesischen Mitarbeitern. So spricht er natürlich jetzt auch. Aber das muss man auch noch dazusehen. Aber den Punkt, den ich eigentlich machen möchte, ist folgender. Wir sind nun in einer Situation, in der wir es mit Staatschefs, mit Autokratien, mit Diktatoren zu tun haben, in denen die ökonomische Rendite nicht mehr im Zentrum steht. Sondern der Machterhalt. Und Sie haben eben die ganze Zeit argumentiert, aus einer ökonomischen Perspektive. Aus einer ökonomischen Vernunft heraus sozusagen. Ja, ist ökonomisch rational. Wir sehen aber, dass vieles, was da passiert, nicht mehr ökonomisch rational ist. Und was Sie auch ausblenden ist, wir reden ja jetzt nicht von irgendeinem netten, wohlwollenden Diktator, der jetzt seine Partei unterdrückt. Wir reden von Internierungslagern, von Uiguren übrigens, auch in Regionen, in denen sie eine Fabrik haben. Wir reden von einem Regime, das Menschen foltert. Wir reden von einem Regime, bei dem wir damit rechnen müssen, dass es vielleicht Taiwan angreift. Und so das passieren sollte, was in zumindest außenpolitischen Kreisen für sehr wahrscheinlich oder zumindest wahrscheinlich gilt, dass das irgendwann passiert. Für diesen Fall können Sie alle Ihre Assets und Fabriken abschreiben in China. Und dieses Risiko sollten wir schon ernst nehmen. Und deswegen ist diese einseitige Abhängigkeit zu reduzieren, natürlich ein richtiger Weg. Wenn wir jetzt unseren Politikern gerade zuhören, mit dem Hamburger Hafen und so weiter, da geht es ja nicht um Entflechtung. Da geht es ja in jeder einzelnen Botschaft nur darum, dass wir nicht mehr Abhängigkeit haben. Aber die Frage, wie wir es schaffen, mit China zu koexistieren, weil es ohne nicht geht, aus allen genannten Gründen, aber trotzdem nicht den gleichen Fehler zu machen wie bei Putin. Und deswegen, das wäre schon eine Aufgabe. Und deswegen bin ich ein bisschen irritiert davon, dass Sie das so wegwischen, als wäre das überhaupt kein Problem. Ich wische das nicht weg. Aber ich sage, wir brauchen einen rationaleren Umgang mit China, der unsere Interessen stark in den Vordergrund stellt. Und die Interessen sind nicht nur deutsche Interessen. Also China hat nicht nur in Deutschland viel Wohlstand geschaffen, der hier verteilt wurde und viel Reichtum geschaffen, sondern auch im Rest der Welt. Amerika, wenn Sie sagen, die Hälfte der Exporte nach China ist eben nicht Weizen und Soja, sondern sind Halbleiter nach China. 40% der Intel-Chips gehen nach China und werden dort veredelt. Apple macht 90% seiner Produkte in China. Und Apple ist nur deswegen so erfolgreich, weil es 90% seiner Produkte in China macht, ist es im Weltmarkt erfolgreich. Also China ist einfach ein ganz essentieller Bestandteil der heutigen Weltwirtschaft. Und größer, als wir uns das eigentlich vorstellen wollen. Jetzt sind wir zurück bei Auto, nicht VW, sondern Auto gemein. Wir sind ja Weltmarktführer bei den Premium-Autos. BMW, Daimler, Porsche, Audi. Die Hälfte des weltweiten, und China ist nicht ein Markt, sondern die Hälfte des weltweiten Marktes ist China. China hat einfach eine Dimension, die so bedeutend ist für die Welt, für das Wachstum der Welt, für die Inflation, dass ich sage, wir brauchen bitte einen rationaleren Umgang mit diesem System, das uns nicht liegt, das wir auch nicht wollen, das wir auch menschenfeindlich sehen. Aber das ist halt das System, das dort herrscht. Wir brauchen einen rationalen Umgang, der unsere Interessen schützt und aber auch China Entwicklungsmöglichkeiten gibt. Weil die Welt wird weiterhin China brauchen, das sich verbessert, das wächst, das am Klimaschutz partizipiert. Wenn China nicht dreht beim Klimaschutz, und mir hat große Sorge gemacht, jetzt bei Xi Jinping's Rede zum Parteitag, Das Wort Klimawandel kam nicht einmal. Kein einziges Mal erwähnt. Zu Ihrem Argument. Ich glaube, dass China mit dieser Rückbesinnung auf Leninismus, einfach auf dem falschen Weg ist. Und das macht mir große Sorge. Ich hoffe auch, dass sich das in den nächsten Wochen und Monaten noch mal ändert. Aber China war eben bisher ein Wachstumsmotor. Ich würde auch sagen, hat schon beigetragen zur Innovationskraft der Welt, zum Lösen von Problemen in den letzten Jahren. Durch die Menge der Ingenieure, durch diese leidenschaftliche Bevölkerung. Und es macht mir große Sorgen, dass wir dort eine Rückbesinnung haben. Dennoch können wir uns nicht hinstellen und sagen, ja, das ist jetzt ein System, das ist uns feindlich gegenüber. China hat so eine Bedeutung für uns, für den Rest der Welt, dass wir uns damit rational auseinandersetzen. Und ich plädiere dafür, China eben nicht nur als Feind zu sehen, sondern einfach als Fakt, dass es da gibt, China zu beeinflussen. Ich fand die Reise vom Bundeskanzler, die Aussagen außergewöhnlich gut. Natürlich haben wir immer, solange wir wirtschaftliche Bedeutung haben, solange wir Kunden sind, solange wir Technologien liefern, haben wir dort ein Wort mitzureden. Und ich fand diese Reise extrem gut, weil wir einfach unseren Punkt gemacht haben. Aber dennoch sagen, natürlich wollen wir mit China zusammenarbeiten. Wir müssen mit China zusammenarbeiten. Sie haben mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, Herr Diess, wenn wir nur Geschäfte machen mit Demokratien, dann ist unser Markt noch 10%. Ja, wir haben die Anzahl der Menschen, die in Demokratien leben, die unserem Maßstab entsprechen, ist etwa 10% der Weltbevölkerung. Und der ist schrumpfend. Das waren mal 13, das sind noch 10. Und das ist in einer exportorientierten Volkswirtschaft einfach nicht möglich. Einmal die Eckdaten, nur mal ganz kurz. Ich habe es vorhin so in Ansätzen mal skizziert. Also 10% des Marktes wäre nur noch da. Sie sagten auch, wenn man China wegnehmen würde, dann würde zum Beispiel ausweichen auf Japan oder so. Das wäre gerade mal 3% mehr. Das ist die Dimension, um die es geht. VW verkauft mittlerweile jedes zweite Auto faktisch in China. Lass uns nicht von VW sprechen. Wir können ruhig sagen, die deutsche Premium-Industrie, die deutsche Autoindustrie, Chemie und Auto, Maschinenbau, Chemie und Auto. Deutschland schöpft viel Wohlstand von chinesischen Kunden. Binnen weniger Tage im Juli dieses Jahres gibt BASF bekannt, dass sie 10 Mrd. Euro im Süden Chinas investieren. Der Autozulieferer Heller kündigt den Ausbau einer neuen Fabrik in Shanghai an. Aldi plant Hunderte neuer Läden im ganzen Land zu eröffnen. Das Handelsministerium meldet, dass das Investitionsvolumen aus Deutschland im ersten Halbjahr gestiegen ist. So viel zum Thema, wir wollen uns entflechten und unabhängiger machen. Um 26,1%. Das heißt, diese Abhängigkeit wird sich weiter intensivieren. Sie sehen es nur als Abhängigkeit. Ich habe eine Frage. Natürlich kann man sich Deutschland ohne diesen Export vorstellen. Und ohne diese Dienstleistung. Aber es ist halt viel ärmer. Ist es eine Abhängigkeit? Ja, wenn Sie so wollen. Es gibt zu China in der Dimension auf der Welt keine Alternative. Und Sie dürfen unterstellen, dass die Automobilindustrie, und ich kriege andere Industrie auch so ein bisschen mit, alles tut, um am gesamten Weltmarkt zu beizitieren. Das verstehe ich. In Japan, in Indien. Aber China war eben in dieser Zeit der Öffnung, in diesen 20 Jahren, wirklich der Motor der Weltwirtschaft und hat einfach eine Dimension, die alles andere sprengt. point Design und wie machen überhaupt eine gewählte zeit, darin im Internet zu beizitieren.